Hi, ich bin die Sarah und freue mich, dass du heute zusammen dieses tolle Ganzkörper-Workout mit mir machst. Und zwar ist dieses Workout richtig ordentlich unterteilt sozusagen. Wir starten mit dem Oberkörper, es kommt ein Kardioteil, es kommt ein Beinteil und dann hast du Bauchmuskeln sind sowieso anteilig mit dabei und dann hast du ein richtig gutes, knackiges Ganzkörper-Workout. Der Timer steht auf 40 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, Entschuldigung 15 Sekunden. Dadurch hast du dann Zeit in deine nächste Übung zu kommen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, du brauchst nur deine Mathe und dein Trinken. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 She's so savage, savage She's so savage, savage I will say the love and love 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 Cause I can't wait for you forever I will say the love and love I will say the love and love Cause I can't wait for you forever I will say the love and love I will say the love and love Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.